Ich bin Sarah Nuru und wir sind heute hier beim neuen Werbespot für C&A Unterwäsche. In Mallorca, haha! Ich freue mich jedes Mal, während ich für C&A arbeiten darf, weil mir einfach das Team super gefällt. Man merkt, dass es schon eine ziemlich familiäre Atmosphäre ist, dass sich alle untereinander kennen und sich freuen, aufeinander zu treffen. Und das ist einfach schön. Als ich dachte anfangs so, hm, das könnte unangenehm sein, ich habe das noch nie zuvor gemacht, ich halb nackt, im Riesenziel. Ich habe dann so gezählt, okay, 25, 30 Leute, aber es war trotzdem super Atmosphäre, keiner war irgendwie aufdringlich. Und alle waren einfach cool, es hat Spaß gemacht. Also mein Lieblingsteil der C&A Longerie ist wirklich die Cousage mit dem Höschen. Ja, ich natürlich liebe ich Unterwäsche, Longerie ist immer was Schönes. Es schaut schön aus und nicht nur ich habe was davon. Fotografen können manchmal echt nervig sein. Sarah tue dies, Sarah tue das und Sarah macht, was die Leute wünschen. Das mache ich auch gern, aber heute zeige ich euch, was mir gefällt. Nicht nur für Topmodels, Cousage nur 16 Euro. Jetzt auch online kaufen. Jetzt auch online kaufen. Dann holen wir uns auf! Dann... Untertitelung des ZDF, 2020